Was sind eigentlich Ponys und welche Kriterien gibt es für die Einteilung? Als Pony bezeichnet man heutzutage alle Pferde bis zu einem Stockmaß von 1,48 Meter. Gewisse größere Ponyrassen, wie zum Beispiel der Haflinger, können aber auch mal größer werden. Sie sind dann aber nicht mehr zu Ponyturnieren zugelassen. Doch nicht nur in ihrer Größe unterscheiden sich Ponys von Großpferden. Ponys haben in der Regel einen weit kompakteren Körperbau, um im umwegsamen Gelände bestens zurecht zu kommen. Außerdem sagt man ihnen eine gewisse Sturheit nach, was sie nur bedingt zu einem geeigneten Einsteigerpferd macht. Habt ihr bereits Erfahrungen mit Ponys?